Schauen wir uns hier kurz die Funktion der individuellen Anfrage an. Nehmen wir an, Sie sind gerade beim Anschreiben und haben einen bestimmten Textbaustein und während Sie dessen lesen, denken Sie, Moment, das ist gar nicht der richtige Text. Sie möchten dem Kontakt, in dem Fall der Dame, einen anderen Text schreiben. Dann klicken Sie hier einen anderen Text an, eine Ihrer Vorlagen, beispielsweise diese hier. Und jetzt gehe ich hier auf individuelle Anfrage und schon wird der Text im Ankontakten genau gegen den neuen Text ausgetauscht. Also eine praktische Funktion, wenn Sie meinen, dass Sie hier einen anderen Text verwenden möchten. Dann verwenden Sie einfach diese Taste der individuellen Anfrage.